Heute tippen wir den 18. Spieltag. Die Bundesliga geht endlich mal wieder los und fangen wir mal mit dem ersten Spiel an. Schalke gegen Gladbach. Also zuerst muss ich sagen, ich denke jetzt nicht, dass Gladbach Meister wird. Ich denke jetzt nicht, dass sie groß um die Meisterschaft mitspielen werden. Ich denke, sie werden in der Rückrunde ein bisschen untergehen. Ich denke, zu 100% werden sie es international schaffen. Und ich denke auch, dass sie es auch Vierter werden kann in Champions League. Also das denke ich, dass es möglich ist. Schalke gegen Gladbach tippe ich einfach 1-2-1 aus. Hoffmann gegen Frankfurt. Frankfurt ist jetzt nicht so gut dran. Letztes Spiel war, glaube ich, Köln gegen Bremen. Oder? Weiß nicht. Ach, Frankfurt hat, glaube ich, gegen Paderborn verloren. Was schon ein bisschen peinlich ist. Und ich glaube, dass Hoffenheim das Spiel mit 1-0 gewinnen wird. Düsseldorf gegen Bremen. Ich denke jetzt nicht, dass Bremen absteigen wird. Ich denke, sie werden sich langsam aus dem Abstiegskampf mogeln. Vielleicht ein unteres Mittelfeld. So eine härte BSC-Platzierung. Immer so in der Mitte. Oder ein bisschen weiter unten in der Mitte. Und deswegen denke ich, dass Bremen das Spiel mit 2-0 machen wird. Mainz gegen Freiburg. Ich denke auch nicht, dass Freiburg jetzt international spielen wird. Aber ich glaube trotzdem, dass Freiburg das Spiel mit ein 2-1 gewinnen wird. Augsburg gegen Dortmund. Augsburg, weiß nicht. Ich glaube, die sind eigentlich gut drauf gewesen. Haben gegen RB Leipzig. Haben, glaube ich, geführt. Leider haben die nicht gewonnen. Aber ich denke jetzt, dass Dortmund das Spiel machen wird mit 0-3. Letztes Spiel hat, glaube ich, Dortmund mit, glaube ich, 5-1 gewonnen. Köln gegen Wolfsburg. Ich denke jetzt nicht, dass Köln jetzt weitermachen wird mit Siegen. Also sie sind zurzeit sehr gut drauf. Ich denke, gegen Wolfsburg wird es gestoppt. Oder ich weiß nicht, wie sicher ich mir jetzt dabei bin. Ich weiß nicht, wie gut jetzt Marc Uth bei den Kölnern durchstarten wird. Ob er überhaupt spielt. Ich denke, aber das wird mal wieder so ein 2-1. Also typische Wolfsburg gegen Köln Ergebnisse. Leipzig gegen Union. Denke ich leider, dass Leipzig mit 4-0 machen wird. Komm, ein Ehrentreffer für Union Berlin. Ja, Leipzig gewinnt das Spiel. Hertha gegen Bayern. Ich denke jetzt nicht, dass es von 1-1 wie letztes Mal wird. Ich denke, es wird für Hertha ein bisschen panglich. Ich weiß nicht, wie ist es jetzt mit Jürgen Klinsmann? Der hatte doch diese Lizenz nicht. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich denke, glaube ich, nur, dass sie eine Geldstrafe bekommen. Also ich Punkte minus. Weiß jetzt nicht, ob das gehen kann. Könnt ihr mir mal in den Kommentaren schreiben. Ich freue mich immer über die Kommentare. Schreibt mal eure Meinung nach auch. So solchen Tipps auch in die Kommentare. Ich werde mir die meistens durchlesen. Ich denke, dass Bayern das Spiel mit 3-0 machen wird. Klar. Paderborn gegen Leverkusen. Denke ich, es wird ein 3-2 gewinnt Leverkusen. Und das waren meine Tipps. Was sind eure Tipps? Was ist eure Meinung hier? Die Tabelle könnt ihr an der Seite sehen. Erstens ist wieder leider Leipzig. Und letzter ist Paderborn. Wolfsburg ist auf dem 9. Hier schaut euch das mal langsam an. So, jetzt haben wir es geschafft. Und das war es mit dem Video. Haben wir lang nicht mehr gemacht. Bis bald und ciao. Ich wollte euch nicht vergessen.